Hallo und herzlich Willkommen zum Adventskalender und dem sechsten Türchen. Wir sind mal wieder auf Shipment und mittlerweile weiß man ja, bzw. weiß ich ja, wie man es spielt. Hoffe ich. Sprich, man versucht auf seine favorisierten Camper Spots zu kommen. Klappt nicht wirklich gut. Ja, da habe ich meinen Lieblingspot. Mal gucken, spawnt da was? Nö. Na, das war natürlich, sich mit dem Sniper anlegen ist, ist bisschen doof. Wir sind in der Führung, dranbleiben! Vor mir gibt es kein Verstecken! Wir fallen zurück! Ja, dieser Sniper, ne? Das Termin war gut. Die sind da wohl in dem Container gespawnt. Oder die war... Ja, die hocken da einfach drin. Da ist der Sniper. Da ist der Nächste. So, wenn man ganz hinten bleibt, dann spawnen die manchmal vor einem im Container da. Jetzt waren es leider meine Teammates. Aber ich bin auch nur noch einen vom Bomber entfernt. Ah, mal gucken gehen. Mal wieder rüber in den anderen Spot. Und da haben wir den Bomber und gleich den nächsten toten Briefkasten wieder. Oh, wie kommt da mit Elan? Äh, schön, die spawnen vor mir. Oh, wie schön! Und wie schön! Schade! Fuck! Da ist der Bomber leider weg. Und schon gewonnen. War nicht so prickelnd, aber... Kann man stehen lassen. 3er KD auf... Auf Shipment ist in Ordnung. Fast 3er KD. So, im Anschluss seht ihr das letzte Mal, wie ich... Ah, höchstes AT-Verhältnis. 2,45 KD. Ja, ist in Ordnung. Für Shipment. So, im nächsten Gameplay seht ihr das letzte Mal, wie ich versuche, aus der Hüfte Kills zu machen. In Bewegung, natürlich. Jeder im VP, so ist halt... Oh, gut. Jeder für sich selber abgestimmt. So, ich wünsche euch was! Er ist schon wieder hier am Schleichen. Toll! Ah, okay, das tut mir. Er habe ich weggeholt. Ich habe nur den Mega-Lecker. Dich hole ich auch aus der Hüfte, du blöde Kuh. Was soll das denn? Wann habe ich denn... Weißt du, ich bin 3 Minuten im Spiel drin und habe schon Schnauze voll. Da steht er an hier rum. Spawnflip. Uga spielt auch aktuell die Itra-Burst. Weil die habe ich ja schon auf Gold. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum ich die Scheiße überhaupt auf Gold spiele. Alter. Das Erdn hier. Zack, mir gar nicht mehr so viel Bock auf die Idee. Was soll das? Ich kriege schon wieder hier so einen... Scheiße. Warum habe ich hier Lecks, wie Sau? Oder habe ich... Alter. Jetzt reicht es aber mal hier mit eurer Scheiße. Granaten da. Alter, ich habe komische... Was ist das mit dir denn da oben los? Das habe ich aber voll gefehlt. Jetzt habe ich... Alter, Bandit. Geh weg. Da ist gerade einer runtergelaufen. Maa, ich kriege ihn nicht. Und was habe ich hier wieder für komische Soundbugs? Ich dachte schon. Ja, sicher. Hör mal, da ist einer nur... Aus dem B5. Mit dem Scheiß-Granaten am Werfen. Mit dem Vorratspaket, komm. Alter, aber ist mit dem Schwarzen. Blöder Sack. Alter, wer macht denn sowas? Und keiner hilft. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Daniel? Ja, nein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wo ist er? Wo ist er? Und ich hole ihn auch. Wo seid ihr? Ich frage aus der Hüfte. Da ist einer. Ich habe gleich keinen... Keine Sache... Oh, der war von mir, ne? Na gut, holen wir Abel einen. Erwischt! Erwischt! Alter! Keiner hilft mir hier. Wo bist du denn? Bei C. Bei B. Oh, ich komme hier nicht gleich. Also klettern wir nicht... Au! Danke. Ach so, du warst halt. Ich habe da gesehen, er wurde eingenommen. Und meine Abschlusssehre ist kaputt. Kommt einer, Alex, was auch? Ist er hier? Oh, Alex. Meine Fresse, ey. Hab ihn geholt, der dich geholt hat. Ja, hab ich gesehen. Ja, mein Problem, ich musste aus der Hüfte schießen, weißte. Der Waffe ist aber echt wendig mit dem Hüfte. Alter! Der war drauf. Warum hat der Typ mich abgeknallt? Der Olaf wieder hier. Er muss wieder alles geben. Wo habe ich denn? Ja, 8 von 12. So gut. Schwitzen, warst du? Wir schwitzen. Was? Das ist ja, AT-Verhältnis höchstens. Maximal, wo ich schwitze, ist, weil ich so krass spiele in der Arsch. Ja. 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 Ja.